So, hallo zusammen. Neue Lieferung ist gekommen. Was ist, was ist da drin? Was ist da mit dabei? Oh, was ist das? So, Papier. Was ist da drin? Oh, was ist das? Oh, eine Minigitarre. Wir geben die an. Ah. Oh, hier kann man auch ein Kabel anschließen. Die ist ja geil. Was kommt da für Batterien rein? Da kommt eine 9 Volt Blockbatterie rein. 9 Volt Blockbatterie. Oh, die ist geil. Geil. Oh, die ist geil. Okay. Ich bin jetzt. Okay. Vielen Dank.